Ein schöner Garten ist Ruhepol und Spielplatz zugleich. Damit das so bleibt, bietet Biohaut Stauraumlösungen für jede Anforderung. Das Highboard ist die perfekte Stauraumlösung auf Ihrer Terrasse. Ob als Ergänzung zu Ihrer Outdoor-Kitchen, ob als Garage für den Griller oder einfach nur für alle jene Dinge, die Sie sicher und trocken aufbewahren möchten. Besonders komfortabel in der Verwendung, da das Highboard sowohl von vorne als auch von oben zugänglich ist. Die Gasdruckfeder garantiert eine komfortable Deckelöffnung. Das Highboard ist regenwasserdicht, so bleibt das Innenleben garantiert trocken und übersteht unbeschadet jedes Wetter. Zusätzlich sichert die Zylinderschlossverriegelung den Inhalt vor unbefugtem Zugriff. Das Deckelnetz ist perfekt für die Aufbewahrung von Kleinteilen. Weitere Details finden Sie auf www.biohaut.com Eine kluge und durchdachte Aufbauanleitung macht den Zusammenbau des Produktes zum Kinderspiel. Mit den Abmessungen 160 x 70 cm und einer Höhe von 118 cm fügt sich das Highboard überall perfekt ein. Außerdem können Sie zwischen drei ansprechenden Farben wählen. Silbermetallik, Weiß und Dunkelgrau Metallik. Biohaut steht für Qualität. Deshalb gewähren wir 20 Jahre Garantie. Aufgrund des hochwertigen Materials und der sorgfältigen Verarbeitung muss ein Produkt von Biohaut niemals gestrichen werden. Auf Wunsch liefern wir ohne Aufpreis direkt zu Ihnen nach Hause. Perfekte Stauraumlösungen für den Außenbereich. Entdecken Sie weitere Qualitätsprodukte von Biohaut auf www.biohaut.com Qualität in Bestform. Made in Austria.